So, ich bin gerade nach Hause gekommen. Heute gibt es mal wieder das Wetter. War lange nicht mehr. Ja, ihr habt es ja mitbekommen. Bisschen stürmig heute alles. Bisschen Regen, so paar kleine Tröpfchen. Aber es sieht noch dunkler aus bei uns hier. Und viel, viel Wind. Und nur, viel Wind. Dunkel? Ich habe das so, sehr, sehr viel Wind. Und das ist ein Loch. Auch wenn man sich nicht mit einem Schamann hatte. Die Abenteuerung der Naseberhe�ls zu stehen. Und das ist ja so, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020